Problem Ist doch schon Ihre nacht. Wenn Sie die Karte öffnen. Wenn Sie nicht so können, dann müssen Sie die Karte. Und Sie Stepfiter. Aber Sie können Sie die Karte aufmachen. Was? Wenn Sie die Karte, dann ist es ein paar Karte. Verrückt sie nicht. Was ist das gleich? Das war's für heute. 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 Und XP auf... Moche. Das war's für heute. Der... war... 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 Das war... Das war... ... war... war... ... 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 er schießt denn hier farbe eine sitze auf dem turm alter da ist aber top verdienen ich bin unterwegs doppelklick ne farby großer die von bei euch wird schon längst weg alter ich komm runter du bist ein harter bastard du kommst durch ich bin unterwegs ich fahre ja hier lass mal los verstanden ich gehe in die richtung sind gar nicht weit weg von uns ich gehe in die richtung sind die sitzen wieder hier in dem häusern drinnen ich gehe mal ein bisschen ran die sitzen ja in dem haus hier 23 meter und er hat uns alle drei aber hier ist topverdiener sehr gut da ist noch einer da ist der erste platz wir sind topverdiener ich rücke vor kann er froh sein topverdiener sind trotzdem wieder bei uns 27 meter der feind nähert sich oh die kommen zu dritt zu dritt ich komme auch wieder so auf jeden fall sitzen die da drin wo ich hier landet bin oder eine million kilometer entfernt ja weil unser ganzer trug geht aus wie eine schwule aktivität ja genau alter drei schüsse ich bin down kontakt ja genau ich bin ja überhaupt nicht am arsch der welt abgesprungen feindliche drohne über uns auf jeden fall sind da schon mal ich rücke vor und da kommen wir müssen irgendwo bei der nähe sein ob ich komme von hinten da kommt noch einer na bitte 23 meter von uns bei mir lappen alter komm herr hier der haut ab wo ist er wo ist er da geht flüchten wo kommen die denn her alter um da läuft kann doch nicht sein Jetzt morben, du, Alter. Hund, du. Das ist schon eine Box, die mir. Stehen unten am Eingang. Er schießt doch nicht auf mich, Alter. Ab ihn. Hinter mir, hinter mir. Feindkontakt. Ja, gut, dass wir beide down sind. Am Eingang. Wäre geil, wenn einer helfen kommt. Ja, der... Da rockt ja nur da oben. Supermäh, Alter. Statt mal zu helfen. Ja, das kannst du knicken, Alter. Ich werde jetzt mal was auch. Ich wäre immer noch eigentlich nicht für super freu gewesen, aber irgendwie will ich den Typen jetzt da drinnen haben. Die Fatze holen wir da raus. Der sitzt da drinnen. Unter dir. Der hat kaltblühtig drinnen. Kannst du nicht sehen. Das ist so ekelhaft, weil du willst ihn dir immer wieder kaufen. Da, kommt er. Ich werde euch hinter euch noch machen. Du denn, Alter. Nickel, komm hinter dir. Nee, der ist eh ne Gegner. Er sitzt immer noch in dem Haus, Alter. Du bist weh. Da ist er doch. Und da kommt er nicht mehr. Ja, da spart er den lieber noch. Jetzt kommen sie wieder. Ich gehe in diese Richtung. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Zehn Meter. Drei Meter. Drei Meter hier. Der 28 Meter. Er kommt von geradeaus. Also von mir hier sehen geradeaus. 23. 21. Der kommt direkt ins Haus rein. Das sind gut. 22 Meter. 21. Ja, du sitzt näher. Du bist ja 30 Meter von mir weg. Boah, was schiehst du denn auf mich? 14 Meter. 20 Meter drüben random. Halt kalt bin ich drin. Ich sehe ihn nicht mehr. 19. Von rechts. Also von dir hier sehen rechts, Fabian. Zwei Stück. Komm auf, Benjamin. Oh, ich hab gnadenlos, Digga. Er kommt gleich wieder hier rein, Alter. Hat einer eh noch Panzerplatten? Platiere Claymore. Ich hab drei Stück. So. So. Beine landen im Einsatzgebiet. Ja, rein, nirgzig. 33 Meter. Bin unterwegs. Beine in den Gebieten. Er ist schon da. Er springt auf dem Loch. Oh, ich setze mal die Klemme ein Stück weiter zurück. Ah, nee. Setz mal die Klemme ein Stück weiter zurück. Wir sehen die. Das ist meine. Kann ich nicht zurücksetzen. Das ist nicht meine. 15 Meter. Rasten. Immer noch 15 Meter. Ich hab' die Klemme, ich hab' die Klemme noch nicht. Das ganze Geld in diesem Gebiet. Feindlicher Angriffshelikopter mit Geld an Bord. Abschießen. Er rennt da mal hin und her, die Fotze. Er rennt unten irgendwo um die Krippe rundherum. Er hat mich. Du bist zähl. Du schaffst das. Er kommt hoch, er kommt hoch, er kommt hoch. Ich kann's weiter machen. Du kannst helfen, du schaffst das. Ich bin unterwegs. Braut. Hab ihn. Wir haben das nur. Rund dich auf. Schieb mir schon die Panzerplatten rund. Elfmeter. Kommt wieder einer. Down. Der erste. Da sind zwei. Der andere ist rausgerannt. Der ist hier rausgerannt. Da liegt er. Down. Beide. Ich komm wieder hoch. Erstmal safe. Kommt keiner. Da ist Papalina. Ja. Hinter uns. Panzerfaust. Panzerfaust. Von rechts. Jetzt spielen sie mit Panzerfaust. Jep. Geil. Das kommt ein Meter von uns. Jetzt spielen sie mit Panzerfaust. Unter uns eine Bächer. Lass sie hochkommen. Die haben sich Spezialmunition geholt. Stehen die denn auch vor der Tür? 21 Meter. 21,3. 19. Die kommen rin. Ich verarsch die voll. Zehn Meter. Ich hab die voll verarscht, Alter. Ich bin immer runtergesprungen, hab die abgeknallt, ich bin wieder rein, die laufen. Nur Zehnter geht aber. Na schade, die tollen XP, die bringen mir ja nichts. Wieso? Ja, weil ich schon maximaler gewinn. Torben, willst du mitmachen? Torben. 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 Jo, das warten wir. Ich lad dich gerne rein. Marek, verlasse die Lobby dann. Ja, wäre sehr hilfreich. Muss nämlich sowieso noch was an meiner MP7 noch ein bisschen kennen. So, wie ist er denn? Wie ist er denn? Das gehört mir nicht an, je zeigt. Das ist das Game, oder? Da hab ich ihn gefunden. So, was nehmen wir denn da raus? Wo ist das Griffband raus und 60 Schussmerzen bleibt. Das ist schon wieder ein 10er Abschuss hier. Ach, ey. Ich komme rinnen, mein Sohn, mein Jungen. Warum? Hast du hier pennt, oder was? Ja, ich fahr dann noch unterwegs raus. Ich fahr dann noch raus. Oh. Ja, jetzt wohl nicht durch bis morgen früh war. Alles gut. Ja, wenn nicht, hab ich ja schon eine Ausweichmöglichkeit. Ja, wenn du sagst, lass den Bock mehr. Ich wünsche ihn nämlich rum zu Spiderman. Amen. Ja, ich komme mal wieder raus. 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 Einen Stufensprung ist besser als kein Stufensprung. Also wenn ich so weitermache schaffe ich gegen Battle Pass. Ah, ich hab die Ahnung. 43? Da muss ich aber ein bisschen Gas geben. Heute Geld wollen wir ein bisschen so, wirst du? Ja, du müsstest sagen, wenn ihr so weit seid. Ja, also... Ich hab mir nämlich... Ich hab nicht gestern, wo du abgehauen bist, bin ich ja auch raus. Hab dann Spider-Man angezockt, ne? Ey, das Game macht richtig Laune. Oh, Katze. 3 8 1 10 2 1 2 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, dann machen wir das. BWR ist mit ein paar Zielübungen. Der Einsatz geht bald los. Der Feind springt über dem Gebiet. Schluss mit den Spielchen. Es geht ins Kriegsgebiet. Beutegeld. Der Job ist einfach. Sichert mehr Geld als der Feind. Braucht das jemand? Wir wollen dort abspringen. Kopfgeldziel identifiziert. Bringt das Schwein zur Strecke. Hallo, wo wäre er? Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Ich muss nur rufkommen. Ich muss nur rufkommen. Ich muss nur rufkommen. Ich würde mal einen Code eingeben. Ja, wenn wir es nicht haben, erneuert sich der KMD. Ich gehe irgendwo am Arsch der Welt. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Ja, genau. Ich werde die... Hä? Dann ab in den Keller. Ja, das ist das für einer. Ja, das ist die für den Keller. Beide die noch. Geh noch nicht in den Keller. Oder doch, geh jetzt schon mal in den Keller. Ja. Ich rücke vor. Boah, kein Gäster wird in den Boden. Ich gehe in die Richtung. Bist du blöd? Du bist gerade mal... ...gerade 30 Meter von mir entfernt gewesen. Weil wenn... Geh nach rechts. Geh nach rechts. Wenn es das ist, was ich denke, brauchen wir die Karten gar nicht mehr. Runter. Ich bin hier unten. Hier in die Richtung. Premiere Ladezonen markiert. Extraktion in Bereitschaft. Brücke vor. EMP Drohne eingesetzt. Hier runter. Kopfgeldziel aktiv. Holt es euch. Rechts. Stift bereithalten. Hier am PC. Ball. Halbbreit. Haus. Drei. Haus. Nase. Ach du Scheiße. Junge. So schrecker geil. Kicken. Alter. Ja, musst du öfters wiederholen. Öfters angucken. Haus. Drei. Haus. Nase. Vier. Nase. Schieb. China. 9. Ja, das geht nun mal so schnell, Alter. Was hast du jetzt? Haus. Drei. Haus. Nase. Vier. Nase. China. Neun. Hänger. Drei. Haus. Drei. Haus. Nase. Vier. Nase. China. Neun. Hänger. Haus. Drei. Haus. Nase. Nase. Vier. Nase. China. Neun. Nochmal. Haus. Drei. Haus. Drei. Nase. Vier. Nase. China. Neun. Was hast du jetzt? Da kommt ein LKW über uns. Drei. Neun. Aktivität. Nase. Vier. Nase. China. Ja, pass auf, da kommen welche. Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Oder Benjamin dazu schon gefickt. Ne. Ich mach mal ein Eck. Klapp mal ne Drohne raus. Ja, bitte Aufklärung. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ja, über uns kommen sie, Fabi. Ne. 14 Meter von uns. Wir bleiben hier drinnen. Äh, bitte Aufklärung. Warum? Weil die runter kommen, alter. Ist doch egal. Lass doch machen. Oh, falsche Wache aus. Ach, nach oben oder was? Oder brauchen wir ne Karte? Wir brauchen zwei Karten noch. Insgesamt drei Karten brauchen wir. Ne, wie viel haben wir? Eine. Ja. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Wo? Im zweiten Stock. Pfff. Kopfgeldziel aktiv. Holt es rein. Ja, ist kacke, dass ich hier... Aber hinter der Bar könnte nämlich auch noch eine Karte sein. Das ist unser Kopfgeldziel aktiv. Ach, ich hab's mal aktiviert. Wir wollen so viel schöne Ruhe hier haben. Hinter der Bar könnte eine sein, in der Garage könnte eine sein. Und unterste Reihe nah am Spielfeld. Die müssten über uns sein. Aber die verpissen sich. Ey, die sollen mal abhauen. Können die nämlich gerade nicht gebrauchen. Hier ist irgendwo einer bei uns, Benjamin. Oder wär's bei mir. Ich dachte, hier ist ja ein Drohjäner. What? Wint ihr, diyor? Da kommt einer. Keine Karte. Hier ist die Bomb, hier hätte eine sein können. Unterste Reihe am Spielfeld. Ja, das ist blöd, dass die Gegner hier sind. Die könnten nämlich auch schon die Karten aufgenommen haben. Da wollte ich mir die Karte schnappen, aber viel Spaß. Was ist denn für eine Karte? Ey, vor mir hat einer die aufgesammelt. Ey, darf ich die Sturm binden? Ja. Deswegen, wenn du die Karte nicht benutzen, sollst du die Pfeil liegen lassen. Wir sind gerade zu... Na klar, siehst du mal hier im Boden, glaube ich, Alter. Super markiert. Keine Ahnung, welche Knur? Eins, zwei, drei. Eins ist safe. Okay, jetzt geht's. Das macht mir die Karte. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Zielen eliminiert. Dann sind wir die Karte nicht. Leider. Und dann geht's. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet ich finde hier nichts Oh, wir sind ein paar. Oh, wir sind ein paar. Oh, wir sind ein paar. Ja, wir sind ein paar. Oh, wir sind ein paar. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel, Achtung! Feind! Oh, Feinde landen im Einsatzgebiet! Während aber alle da landen beim Schrauben, macht es kein Sinn! Oh, Feinde! Torben bereit? Lebst du noch? Ja, warte! Komm, wir versuchen es noch ein einziges Mal! Wir versuchen in das Stadion die Karten zu finden! Wir müssen alle zwei Karten finden! Geh raus! Geh raus! Komm mal rin, mein Freund! Machst du eine Party auf? Warum? Na, ich hab den Bock bei! Du auch nicht? Wo soll ich denn mit Fabi auch machen? Weil Fabi hätte denn bei euch noch mitzocken können? Dann geh du doch raus! Du Hör! Ach so! Und der Controller ist der, du Eierkopf! Ich bin dein. Machst du in die Kartenつke! Ich bin dein. Du bist. Ich bin dein. Und du bist. Wir müssen deine Dinaubli. Ich bin dein. Vielen Dank.